So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, nennen wir es einfach mal Pokémon Go. Ich habe nämlich gerade gesehen, die Kollegen von Go Games haben einen neuen Artikel rausgebracht von Pokémon Go, TCG, also Trading Card Game, ab 1. Juli 2022 plus neues Kostüm Pikachu. Und das ist ja ein Thema, das war schon länger bekannt, dann gibt es immer mal ein paar neue News dazu. Und obwohl ich eigentlich kein Kartensammler bin und mit dem Trading Card Game bisher nichts am Hut hatte, wirklich gar nichts, wird es wohl auch für uns und den Kanal und die Community irgendwie ein interessantes Thema sein. Denn, ich bin auch auf der Kollege, der Dennis, den kennt ihr bestimmt alle, der King, der hat nämlich gesagt, Ramses, wie wäre es denn, wenn du so ein Unboxing machst, erst mal, wenn diese neuen Karten da sind für Pokémon Go, diese Pokémon Go Trading Card Game Karten. Und ich fand die Idee eigentlich richtig gut. Ich kenne mich jetzt natürlich nicht aus, was es da dann alles gibt und was, wie, wo, aber ich wäre wahrscheinlich sehr daran interessiert, dann mal so ein großes Paket zu holen. Und das irgendwie mal zu unboxen, in einem Stream oder so vielleicht, live mit euch zusammen, dass wir uns das mal anschauen, weil ich habe den Pokémon Go Bezug, ihr habt den Trading Card Bezug komplett. Und dass das, was ich da unboxe, dieses ganze Set und Deck und hin und her und wie auch immer, dass das dann aber als Gewinnspiel verlost wird, weil ich will es mir nur mal angucken, aber ich sammle das hier nicht. Und Leute, die sammeln, haben dann natürlich was davon. Gleichzeitig war es ja schon so, diese McDonalds-Karten, die es mal gab, diese Sonderedition 25 Jahre bei McDonalds, die Karten da, habe ich auch mal Happy Meal geguckt, ob ich da alles kriege. Da gab es auch das Pikachu in Holo, das war auch da dabei. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil es dann hieß, dass das wohl doch seltener sein sollte. Oder halt die seltenste Karte von diesen McDonalds-Karten. Das habe ich dann alles an FC Merry geschenkt, weil er hat mir auch dieses Vonera mit Blumenkranz-Shiny damals getradet und so wird man sich immer einig. Und deswegen finde ich, ist das was, was eigentlich eine coole Sache ist, denn das rückt ja immer näher. Am 1. Juli wird es wohl soweit sein, dass es diese neuen Karten dann gibt mit Pokémon Go Bezug. Und vielleicht gibt es wohl auch ein Event dazu, dem es auch wieder ein neues Pikachu gibt. Ein neues kostümiertes Pikachu mit dieser blauen Mütze, wo zwei Pokémon-Karten drauf abgebildet sind. Aber dazu hat ja eben hier GoGames in den Artikel jetzt gemacht. Der Max Beckmann. Haben da wieder irgendwas vorgestellt. Nochmal hier. So. Pokémon TCG, das Pokémon-Sammelkartenspiel. Kurz Pokémon TCG ist fast so alt wie Pokémon selbst und nach wie vor erscheinen immer wieder neue Erweiterungen für das Spiel. Pokémon-Karten, da freuen sich nach wie vor. Großer Beliebtheit, sowohl bei jüngeren, neueren Pokémon-Fans, aber auch bei Fans der ersten Stunde. Seid ihr Trading-Kart-Game-Sammler? Also sammelt ihr Pokémon-Karten? Ja, nein? Wenn ja, wie lange schon? Und intensiv? Also wie sieht das bei euch aus? Was ist euer Bezug zum Trading-Kart-Game? Ich habe keinen. Es gibt ja welche, die machen das online. Gibt es ja auch. Und dann gibt es welche, die machen einfach alles. Es gibt ja richtige Hardcore-Suchtis. Haben wir Hardcore-Suchtis in der Community? Würde mich interessieren. Mit dem großen Erfolg von Pokémon GO erfuhr auch das Pokémon-Franchise als solches einen zusätzlichen Hype, somit auch das Pokémon-Sammelkartenspiel. Zusätzlich wurde dies beflügelt durch das 25. Jubiläum von Pokémon, sowie durch Influencer wie etwa Logan Paul, die zusätzlich durch sogenannte Box-Breaks ein spannendes Event aus dem Öffnen von Booster-Päckchen machten. Logan Paul übrigens war auch bei Wrestlemania dabei. WWE, Wrestling, Wrestlemania. So schließt sich der ganze Kreis. Pokémon, Trading-Karts, Influencer, WWE, Wrestling, Ramses, Bam. Und hat da eine richtig gute Figur gemacht. Der war da hier natürlich, also ein Böser, an der Seite von The Miz, aber der hat sich so gut verkauft im Ring. Hat mich eigentlich überzeugt da. Auch wenn ich denen eigentlich nichts mit anfangen kann, aber dort hat er eine gute Figur gemacht. Pokémon GO im TCG. Da geht es auch nochmal um ein anderes Thema, was heute auch kurz präsent war. Die erste offizielle Pokémon-Karte, die unmittelbar mit Pokémon GO in Verbindung zu bringen ist, ist die Promo-Trainer-Karte Forschung des Professors mit Professor Willow. Diese Karte ist identisch mit dem regulären Kartenforschung des Professors und haben die gleiche Funktion innerhalb des TCG außerhalb des Sammelkartenspiels und entscheidet sich diese Karte durch den aufgedruckten Promo-Code, hier im Bild durch den Nullen dargestellt, der euch innerhalb von Pokémon GO eine zusätzliche Spezialforschung freischaltet. Das Thema hatten wir heute auch nochmal, gerade wegen den Karten. Da gab es ja damals, konnte man sich irgendwie die Go-Fast-T-Shirts bestellen oder irgendwas und da hat man so eine Karte dazu bekommen und wenn man da den Code von der Karte eingegeben hat, hat man eine Medaille im Spiel bekommen und man hat eine zusätzliche Spezialforschung bekommen. Das ging alles an mir vorbei, aber ich habe ja heute gehört im Stream, dass doch vielleicht ein kleiner, guter Samariter gucken wollte, ob er vielleicht einen Promo-Code von so einer Karte für mich organisieren könnte, dass ich diese Spezialforschung kriege und dann für euch mit Video lösen kann, dass wir die einzelnen Kapitel dann mal durchgehen und schauen, was da alles dabei ist. Hier könnte man jetzt drücken und man sieht schon die Aufgaben und die Belohnungen. Ich möchte mich aber nicht spoilern, ich würde mich da wirklich überraschen lassen. Wenn das klappt, so als Geschenk, für euch als Dank, dass ich das dann wirklich vor Ort, live, mit Kamera, alles drum und dran, Video zusammenschneide, diese komplette Forschung da vom Professor, wäre auf jeden Fall auch eine feine Sache. Diese Karten sind bislang nicht in Deutschland verfügbar, wurden über den Pokémon Sender Store in den USA und in Kanada beim Kauf eines Shirts beigelegt. Auch auf offiziellen Argentic Live Events wie Safari-Zonen wurden diese Karten verteilt. Ja, und dann gibt es hier verschiedene Sets, die schon irgendwie angekündigt sind. Das wird so umfangreich wieder werden. Auf der Pokémon-Website wurde eine neue Karte veröffentlicht, wie etwa dieses VMAX Melmetal. Auch die drei legendären Vögel der Region Kando, die die Teams-Weisheit, Wagemode, Intuition verkörpern, sind im Set vertreten. Natürlich ist ja Zapdos, weil Zapdos ist ja der coolste. Und ja, die Karten sehen schon an sich cool aus. Immer das Pokémon-Go-Logo, dann ist da auch mit drauf. Und hier auch nochmal der Hinweis auf ein Event, auf ein vielleicht doch anstehendes Event, was dann zum Release stattfinden könnte. Auf der japanischen Pokémon-Website wird das neue Set auch mit einem kostümierten Pikachu beworben, welches eine Kappe mit zwei Pokémon-Karten trägt. Dieses kostümierte Pikachu selbst ist auch ein Motiv innerhalb des Sets. Sie gehen ja also stark davon aus, dass es zum Release am 1. Juli in dieser Zeit dann ein Event geben wird, wir in Pokémon Go was haben, dass eben die Trading-Card-Gamer auf Pokémon Go aufmerksam werden, dass Pokémon Go-Gamer auf das Trading-Card-Game aufmerksam werden. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es dieses Pikachu ins Spiel schafft, bei Pokémon Go man wieder sammeln kann, auch als Shiny. Sieht doch nett aus, warum nicht? Es hat ja nicht genug Mützen und sonst was, aber das gefällt mir zum Beispiel viel besser als das Go-Face-Pikachu, was ich jetzt angekündigt und gezeigt habe. Also ich bin sehr interessiert, das mal im Auge zu behalten, wie das weitergeht, was es dann wirklich für Sets gibt und werde mir da ein richtig cooles Set raussuchen, extra für euch, dass wir das dann vielleicht mal zusammen öffnen können und dann ich eben auch verlosen kann und schaue, ob ich da auch von dieser Promokarte irgendwas, von einer Promokarte da diesen Promocode kriege, dass wir auch mal so eine Forschung machen können. Alles im Zusammenhang eben mit dem Trading-Card plus Pokémon Go. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. So, was haltet ihr davon? Habt ihr da Bock drauf? Werdet ihr euch solche Sets auch gönnen? Freut ihr euch auf das Pikachu? Sammelt ihr schon die ganze Zeit Pokémon-Karten? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut und euer Ramses.